Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich es nicht schaffe, langsam zu fahren, dass ich weich wie Butter bin, mich viel zu schnell verliebe und den Kopf verliere, wenn ich in Wut gerate. Und dass ich schlecht in Mathe bin. Ich habe eine Menge gelesen, weiß aber wenig und sicher nichts Nützliches. Und ich schreibe langsamer, als ein Stalaktit wächst. Wieso also kann ein Mann wie Daniel Hoffmann jemanden wie mich gebrauchen? Die Antwort lautet, das sollte mittlerweile deutlich geworden sein, als Expedient. Ich brauche nicht zu fahren, ich töte in der Regel Männer, die es irgendwie verdient haben und viel rechnen muss ich dabei auch nicht. Bislang jedenfalls nicht. Dabei stellt sich allerdings die Frage, wann weiß man so viel über seinen Chef, dass der sich Sorgen zu machen beginnt und immer häufiger überlegt, ob er seinen Expedienten nicht besser expedieren sollte. Es war wie mit der schwarzen Witwe. Ich weiß nicht viel über Arachnologie, geschweige denn, was das Wort bedeutet, aber lassen die Witwen sich nicht von den viel kleineren Männchen begatten, um diese dann, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, aufzufressen? In Brems Tierleben Band 2, Vielfüßler, Insekten und Spinnenkerfe, das in der Deichmannske Bibliothek steht, findet sich auf jeden Fall das Bild einer schwarzen Witwe in deren Geschlechtsöffnung noch der Pedipalpus, so etwas wie das Fortpflanzungsorgan der männlichen Spinne und Reste des von ihr verschlungenen Hinterleibs steckten. Sogar der charakteristische blutrote, sanduhrförmige Fleck war noch zu erkennen. Die Uhr tickt, du dummer, kleiner, pathetischer Kerl. Erkundige dich bloß danach, wann die Besuchszeit zu Ende geht. Denn dann solltest du schleunigst das Weite suchen und selbst mit ein oder zwei Kugeln im Bauch oder wo auch immer zu dem gehen, der dir dann noch helfen kann. Ja, das war wirklich meine Meinung. Tu, was du tun musst, aber geh nie zu nah ran. Und genau deshalb gefiel mir der neue Auftrag von Hoffmann ganz und gar nicht. Ich sollte seine Frau expedieren. Und wenn er sowas mit